Das da ist ein Wohnzimmer. Das da ist ein Büro. Und das da, das ist der Lego Serious Play Exploration Bag. Und das zusammen ist die Basis für eine Homeplay Session. Wenn du die Methode Lego Serious Play endlich mal kennenlernen möchtest, herausfinden willst, ob das eine Methode ist, die du gegenüber deinen Kunden anwenden kannst oder vielleicht auch intern, wenn du auf Corporate Seite bist, benutzen kannst für die Lösung eines Problems, für das Bilden einer Zukunftsvision oder vielleicht auch für die Stärkung deines Teams. Dann hast du die Chance mit Homeplay von zu Hause, vom Büro, von deinem Wohnzimmer, wo auch immer du magst, diese Methode zu testen. Wie es funktioniert, was es kostet, erfährst du im unten eingeblendeten Link. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich bald an einer dieser Session begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Raphael Franschi, Marketing Exekutiv und Experte und Facilitator für die Lego Serious Play Methode. Wir sehen uns schon bald. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao.